Neu aufnehmen. Guten Morgen zusammen. Leider Gottes heute ein kürzeres Video. Es ist Donnerstag, der 21. Januar. Wir haben die Big Number jetzt hier als Box platziert, weil ich habe eben auf das Video gedrängt. Also wir gehen heute mal nicht den gesamten Markt durch, was sonst auch ist. Also erste Box 1407 zu 13992. Guten Morgen, mein Name ist Carlos Martins, 21. Januar 2021. Die erste Wohlerbox 13952. Pending Order ist platziert. Pending Box ausgeführt. Big Number ist auch ausgeführt. Also jetzt schauen wir mal, ob wir den Hops nach oben machen. Natürlich ausgeführt worden. Hier zu sehen, obere Box und 30 Punkte nach oben, dann sind wir im Ziel. Mal sehen, ob der Kurs uns jetzt hier gleich so viel Schwung gibt, dass wir da gleich oben rausgehen. Ansonsten bekanntes Spiel. Wir gehen gerade über die 14.000. Mal sehen, ob danach noch weitere Käufer nach. Es wird hin und her gewechselt in den Boxen, bis eine große Bewegung kommt. Wir sind auch Long und unser DAX Trade ist auch wieder aktiviert im Leben. Unser Long Trade, unser Gegensignal. Insofern TP liegt für diesen Trade nach wie vor bei 38. Das heißt, wir müssen heute Stärke zeigen über der 20er Marke und unser Box Trade, ihr wisst, liegt hier oben. und So, es fehlt noch ein bisschen. Tret Nummer eins aktiv. Wo weiß jemand noch, wo das Gap liegt? Von letzter Woche, glaube ich, hatten wir noch das Gap bei 60, glaube ich, 14.060. Schauen wir mal, ob wir das hier mit 30 Minuten hinkriegen. Da oben haben wir es bei 60. Da haben wir noch das Gap bei 60, 14.060. Also Kurslücke. Also Kurslücke. Also Kurslücke. Also Kurslücke. Also Kurslücke. So, noch sind wir. Wir sind raus aus dem Trade. Das war der Eröffnungstrade. Das war der Anfang. Und ja, ich verabschiede mich für heute. Und wenn ihr Lust habt, heute Nachmittag haben wir ein Webinar für alle Gäste. Ihr habt die Möglichkeit, euch da anzumelden bei uns auf der Homepage Tradersclub24.de oder euch einen Testzugang zu holen für 30 Tage. Wir starten mit einem neuen Video, mit unserem Videotagebuch erst wieder Montag, weil wir heute, weil wir morgen eine Schulung mehr oder weniger machen. Also, wenn ihr Lust habt, Montag geht es dann weiter mit unserer Reise. Bis zum nächsten Mal.